Das Fertigkeitsabzeichen Feuerwehrtechnik dient der Sicherung und dem Nachweis der Ausbildung in der Feuerwehrjugend über das richtige Verhalten in Notfällen, die Kenntnis über die Geräte für die technische Hilfeleistung und Grundkenntnisse über den technischen Einsatz. Und diese Prüfung stellte sich die Feuerwehrjugend nun in Rannersdorf. Das Fertigkeitsabzeichen Feuerwehrtechnik steht jetzt eigentlich für den technischen Einsatz bei der Feuerwehr. Es sind verschiedene Stationen. Die Spielerstationen, also die Kinder unter 12 Jahre, haben ein bisschen andere Aufgaben wie die zwischen 12 und 15 Jahren. Das ist im Prinzip, was wir beim technischen Einsatz brauchen. Zum Beispiel Absichern einer Unfallstelle, dann Absichern eines Fahrzeuges, die Stabilisierung eines Fahrzeuges, wie man umgeht mit Flüssigkeitsaustritt, das heißt Ölbindemittel verwenden, hydraulisches Rettungsgerät, Scherspreizer, genauso wie Hebekissen. Also das ist alles, was man für den technischen Einsatz bei einem Verkehrsunfall, aber auch bei anderen technischen Einsätzen verwenden muss und auch Gerätschaften wie Verbindungsseile. Also insgesamt haben wir sechs Stationen, wo es oft Doppelstationen sind, weil wir doch sehr viele Teilnehmer haben und dass es dann ein bisschen schneller geht, haben wir Doppelstationen. Heute sind von insgesamt zwei Abschnitten, das heißt von Abschnitt Schwächert Stadt und Abschnitt Schwächert Land, insgesamt 150 Teilnehmer für beide Fertigkeitsabzeichen anwesend, die sich natürlich für diesen Tag auch angemeldet haben. Wie wichtig ist dieses Fertigabzeichen für die Feuerwehrjugend? Ja, das ist einmal der Vorweg, sage ich mal, in der Feuerwehrjugend, dass man dann als aktives Mitglied natürlich das auch alles halt intus hat, an der Einsatzstelle bzw. die ganzen Gerätschaften. Das ist eigentlich in der, sage ich mal, wo die Feuerwehrjugend von der 10- bis 15-Jährigen stattfindet. Momentan ist das natürlich sehr wichtig und für die weitere Zukunft als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Wie bereiten sich denn die Kinder auf so einer Prüfung wie heute vor? Wie jede Feuerwehrjugend haben wir Jugendstunden und in diesen Jugendstunden wird dann vorbereitet, eben für das Fertigkeitsabzeichen, wo wir dann eben praktisch oder auch theoretisch, weil wir ein Station Testblatt auch haben, wo auch dann Fragen kommen, wo wir auch diese durchnehmen. Und ich denke mal, dass es bei allen Feuerwehrjugenden das Gleiche ist, dass die Jugendstunden benützt für die Vorbereitung für dieses Fertigkeitsabzeichen. Wie empfinden Sie die Arbeit mit der Feuerwehrjugend? Ich mag es als Verantwortlicher schon fast sechs Jahre. Ich bin in der Jugend, das ist schon knappe zehn Jahre tätig. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Und vor allem, es ist viel Aufgabe, aber wenn wir dann vielleicht ein, zwei Jahre später schon mit einem Burschen, der was zwei Jahre vorher noch bei dir in der Jugend ist und dann mit ihrem schon am Feuerwehrauto sitzt und zum Einsatz fahrst, machen wir das stolz, dass sie dann doch auch bei der Feuerwehr bleiben und diese Freizeit, dieses Hobby ausleben. Was bedeutet das für die Kinder, wenn sie den heutigen Tag erfolgreich abschließen? Ja, sie werden alle ausgezeichnet mit einer Medaille. Und ja, ist dann für sie der Erfolg für diese sechs, sieben Wochen Lernen, dass sie dann diesen Erfolg haben mit dem Abschluss und dieser Prüfungsmedaille. Warum habt ihr euch denn entschieden, bei der Feuerwehrjugend dabei zu sein? Weil es mich eigentlich schon immer interessiert hat, zur Feuerwehr zu gehen. Ich bin halt auch schon aufgewachsen. Mein Opa, mein Papa sind alle bei der Feuerwehr und ja. Bei mir war es auch so ähnlich. Mein Vater war auch bei der Feuerwehr, aber das war im Waldviertel. Und ja, jetzt gehe ich halt da. Ist man auch ein bisschen stolz auf seiner Feuerwehrjugend? Dadurch, dass wir nur eine zentrale Feuerwehrjugend haben, in meinem Abschnitt, muss ich sagen, da ist man sicherlich sehr stolz und ein großes Lob an den Betreuer von Schwächertranersdorf, die das natürlich wie immer sehr gut und sehr fein organisieren. Das war es auch hier! Alles! Alles! Jesus!